Herzlich Willkommen in mein neues Video. Moin! 24... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß, wo ich das hier bekomme. Oh, 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 oh. Feuerschwein und Soundposter-Poeration-Nage. Wo kann man noch nachsuchen? Ich brauche einen Kamm. 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 bisschen drinnen. Hallo Wettner, bitte einmal zusammenschlagen, dann habt ihr andere Sachen zusammenschlagen und dann hoch die Schlüsselendung nicht zu bekommen. Tag 19. 1. 1. 2. 1. 1. 1. Vorzweig habe ich auch. darf man auch nicht schon anziehen naja dann habe ich nicht gedacht schraufel einfach fest und dann kann man auch schraufeln auf Wände aber ich kann noch Untertitelung des ZDF, 2020 Ich brauche doch eine Spitzhacke. Auch gut. Eins, zwei, eins und zwei. Eins, zwei, eins und zwei. Aufgaben. Wo ist der Shop? Aufgaben, Aufgaben, Shop. Nein. Ja. Ja. Mit was auch kein... Nein. Nein. Auch nicht. Und Pfeile brauche ich. Waffen. Die Sonne ist, dass ich gesucht habe. Nein. 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 Ah, nein. Oh Gute auf mich los, who come? Hm? Ah, komm, tu du mich. Komm, 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 komm. Nachmittag. Und der. Ja, ja. Hier. Die, 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 die. Arbeit essen. Habe ich sogar noch eine Tasse. Hallo? Na, ich habe noch eine Tasse hier. Eine Tasse, die Wacken. Ich habe schon eine Tasse hier. Ähm. Ähm. Äh, doch noch 60. Komm. 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 88. 80. So, komm, schlafen möchte ich für das so sagen. Neun, und duschen. Na, na. Na, da ist, da war noch Freizeit. Jetzt muss nur der Spieler oder der Anne mit Heffnen nur finden. So, du schon. Das kommt dann. Was brauche ich drauf? Äh, was brauche ich? Eine Spitzhacke. Äh, Holz und Pfeile brauche ich. Holz? Holz? Holz und Pfeile. Ja, komm ich darf nicht. Das habe ich. Ich baue es. Dann hole ich schonmal Metall. Äh, es war doch Metall, nehme ich mal mit. Ne, dreimal. Heute kann ich auch jede Zeit hier besorgen. Das ist alles so gut. Ich baue es. Dann bin ich. Und so ist es. Ich baue es. Ich baue es. Ich baue es. Ich baue es. Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh. Is that what that's going on? I don't think I'm going. Up and up, right? So. One. Spitzhacke habe ich gebaut. Und was brauche ich eigentlich, was besser für mich? Lebeband? Was brauche ich? Das ist eine kleine Schöpfung. Das ist eine kleine Schöpfung. Da ist die Schöpfung. Da ist die Schöpfung. Und natürlich ist es auch mal eine Selle durchsühlt. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr so sehe. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr sehe. Ich hab... ich hab den... Holzschauhöl Ich hab den Wurzeln Was? Ich hab den Wurzeln Ich hab den Wurzeln Oder, ich hätte auch einen kaufen jetzt. Na komm, schlag mich doch. Fushok heißt... Ich bin auch noch dort, wo ich... Äh, kaputt geschlagen... Wieso? Nein. Hau, danach, ich kaufe schon kreuz. Das wurde mich. Äh, einmal, was war jemand? Arbeiten... 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 Ich hab noch ein Waffe Schau noch Teile Holz Und eine Waffe Läuft Ja, das war normal. So, einmal verprescht hat, nur noch einmal Klebeband. So cool, das ist ein 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 Klebeband. Ich habe zwei Mal Klebeband, ich fahre jetzt einfach auf. Was ist noch Klebeband? Klebeband. 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 mal den Beutel. Beutel ist gut. Das weiß ich nicht, ob ich das brauche. Da ist auch keine Kamera. Da ist auch keine Kamera. Toll. Was soll das Lebeband? Soll ich aber Hanzerhauen? Warte nicht. Äh, suche ich mal hier. Bumbo. 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 Ja so, keine. Vorher noch, ich muss ab, sonst nicht gehen. Ja. Oh. Ich hab die drei Sachen verloren. Hofgang. Ich stehe hier, weil ich gerade, dass ich durchsuche die hier. Nicht. Duschen. Ich gehe mal an den neuen Speicherort. Ich gehe mal an den neuen Speicherort. Ich gehe mal an den neuen Speicherort. Jetzt habe ich noch eine Waffe hier. Abendvollzeit. Mann, da hat er eine Waffe, nein. Aber das war es auch für diese Freude, vielleicht können wir da oben da und am Nieren nicht vergessen. Tschüss!